Mülland Schrober, ein schweres Wunsch heute Abend gegen Hörsalm. Es scheint, dass du Kontrolle über das Spiel gehabt hast. Was ist in der Ende? Es scheint, aber in der Zeit sagt, dass wir nicht gut Kontrolle haben. Wir waren vor 12. Wir hatten keine guten Offensierungen, nicht gut organisiert. Sie haben einige Punkte leichter gespielt und wir verloren. In der Ende hatten wir Kontrolle. Das war die Kontrolle. Du hast in Dezember gewonnen. Du hast heute Abend gewonnen. Du musst ein ziemlich glückliches Coach sein, wie gut sie spielen können. Ja, natürlich. Ich wusste das für Dezember nicht. Natürlich bin ich immer glücklich, wenn wir das Spiel gewinnen. Ich bin immer glücklich, wenn wir das Spiel gewinnen. Der Weg zu gewinnen sollte, wenn wir das Spiel gewinnen. Der Weg zu gewinnen sollte, wenn wir das Spiel gewinnen müssen. Aber wir sind noch immer wieder aufgewachsen und spielen. Das Team ist einfach schwer für uns. Für einige Teams kannst du besser spielen. Wir haben sie nicht. Wir haben sie in der Kuppe gewonnen. Wir haben sie in der Kuppe gewonnen. Wir haben sie in der Kuppe gewonnen. Es war, wenn wir das Spiel gewinnen können. Aber es war nicht. Wir haben sie in der Kuppe gewonnen. Aber wir haben sie in der Kuppe gewonnen. Wir haben sie in der Kuppe gewonnen. Wir waren nur zwei Mal in der Mitte von zehn oder mehr und wir haben nicht gewonnen. Wir gehen über und haben einfach den Spiel geschlossen. Wir haben ihnen zwei Mal die Chance, um zurückzukommen. Und sie haben es geschafft und das war wie es am Ende war. Aber ich bin nicht glücklich mit den letzten fünf Minuten, wie wir spielen. Die Team startet sehr schlecht am Anfang der Saison, aber es scheint, dass Sie besser spielen. Was ist der Grund für diese Veränderung? Was ist jetzt anders? Ist es die Presence von Lenniga und Ross? Oder ist das Team endlich die Chemistin in Ordnung? Ja, natürlich. Als neues Team, als neuen Trainer, neue Philosophie, viele neue Dinge, viele Rookies in Europa. Wir brauchen einen Zeitpunkt. Ich erwähnte, dass wir in den Anfang kommen. Aber ich habe nicht erwähnt, dass wir das gewonnen werden. Wir haben drei oder vier Spiele ohne Grund. Ich kann sagen, dass es nicht wichtig ist. Ich will nicht sagen, dass ich nichts gegen unsere Gegner sagen. Es ist nur ein plus für sie. Aber jetzt gibt es viele Dinge, die Chemistin ist besser. Auch guter Influen von Lenniger und Ross. Und das Team ist jetzt noch mehr mature. Die Leute wissen, wie es geht in Europa. Erstens, wie es geht in Denmark. Wie es geht auf den anderen Seite. Wie es geht mit den Räften. Wie es geht. Da wir versuchen, alles zu ändern und zu tun, dass wir noch zu werden. Denn sehr schnell haben wir eine Finale, die Cup Finale, und dann wird es zuerst auch im Spiel. Wir sollten bereit sein, damit es zu werden. Ich habe es nicht erwähnt, dass wir die 1. oder 2. in November oder December werden, denn ich weiß, wie es geht. Wir wussten alles, alles war neu. Das ist vielleicht nicht gut für unsere Fans, die das nicht mag, aber das ist der Leben. Wir brauchen Zeit. Du sprachst jetzt über den Kupfinal, die Play-offs. Wie groß ist das Potenzial der Team? Das ist das erste Spiel. Das ist das erste Spiel. Es geht nicht darum, wie es in der vorherigen Spiel gegen Horsens war. Das ist das erste Spiel. Du musst auf den Spiel kommen und haben gute Chemie, gute Energie, gute Effort. Und alles ist möglich. Natürlich hat Horsens vielleicht mehr Möglichkeiten. Aber auf dem Papier. Weil sie zwei Mal in der Weltkampion sind. Sie haben die Kupfinal der letzten Jahr gewonnen. Sie wollen diese Trophäe nehmen. Wir sind auch bereit für das. Ich hoffe, es wird ein tolles Spiel. Aber wer wird gewinnen? Du wirst niemals wissen. Außer den guten Ergebnissen, die Sie in den letzten Monaten hatten, Sie entschieden, einen neuen Spieler zu signieren. Warum? Das ist das, was wir brauchen. Aber nur weil es nicht genug Spieler auf den Praktiken gibt. Wir brauchen 10 Leute, 10 Leute, um normalen Praktiken zu haben. Aber jetzt haben wir auch mal gewonnen. Einige Leute haben gerade mal gewonnen. Und jetzt haben wir einen gewonnenen Trophäen. Einige Leute haben gerade gewonnen. Einige Leute haben gerade gewonnen. Was habe ich von ihm gesehen, dass er gut ist und ein altes Mann, 26 Jahre alt. Ein Athletiker, kann zwei, drei, vielleicht ein paar Mal spielen. Er kann den Ball shooten. Und natürlich hat er gesagt, dass er sehr gut in den Athletik in den vergangenen Teil des Spiels. Defensive ist er bereit, er will, dass er hart zu spielen. Das ist das, was wir brauchen. Erstens, haben wir alle Positionen mit zwei Mann, um mehr Rotationen zu haben, weil die Saison noch in der Halde ist. Es wird schwer für alle. Man sieht, dass viele Teams Probleme haben. Das ist wegen der Zeit, wegen der Qualität. Vielleicht ein paar Kinder spielen. Aber wir brauchen es schwer zu spielen, mit mehr Rotationen zu haben, weil es uns mehr Energie geben kann. Es gibt auch verschiedene Offenungen und Differenzen, natürlich. Du bist hier seit ein paar Monaten. Du hast viele Spiels. Kannst du sprechen über die Differenzen, als du letztendlich in den Dänemark war, und wie es jetzt ist? Kannst du eine Differenz? Ist es besser? Hat die League verbessert? Ich denke, es ist. Ja, mein Gefühl ist, dass die League ein bisschen stärker ist. Vielleicht ein bisschen kleiner, als ich hier war. Das ist nicht gut. Es sollte mehr als 10, in meiner Meinung nach sein. Mehr Spiels. Vielleicht ist es ein bisschen boring, für die Fans zu sehen. Es ist vielleicht 4-mal. Wenn man spielst, wenn man spielst, oder so, dann kann man spielst, 11-mal gegen die anderen spielen. Das ist etwas schweres. Auf der anderen Seite, ja, ich sehe, dass ein paar Teams das sein, einige die verraten. Aber in general, mein Gefühl ist, dass die League ein bisschen stärker ist, als es vorher schon war. Vielen Dank. Vielen Dank.